Du bist nett, ich bin so froh, endlich einen netten Menschen hier zu treffen, mit dem man normal menschlich reden kann, ehrlich. Ja, ich habe meine Hoffnung auch irgendwie aufgegeben, ehrlich gesagt. Woher kommst du? Ich komme aus Niedersachsen, und du? Ach, ich kenne Niedersachsen, ich komme aus Berlin. Berlin kommst du? Schöner Stadt. Bleib einfach, wie du bist, versprochen. Ja, so gibt es auch ein paar nette Menschen hier im Chat-Haus. Das ist doch was Feines, dass man auch mal nette Unterhaltung mit netten Menschen führen kann. Menschen, die vernünftig sind und die auch noch Geist haben. Aber der Großteil hat hier keinen Geist. Das sind alles ungebildete Menschen, ungebildeter Pöbel. Ja, ich weiß nicht aus welchen Ecken diese Leute gekrochen kommen. Ja, die sind hier in Deutschland. Und da gelten unsere Regeln und unsere Gesetze. Man hat sich zu benehmen und man beschimpft nicht die Leute. Das ist ja geistesgestört. Da hat vorhin wieder irgend so ein Tüffel, der hat da echt wieder die Leitung gebrüllt, hier in Deutschland. Die Deutschen aus aus Deutschland.